Russland hat seine Erdgaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 wieder aufgenommen. Der befürchtete Lieferstopp ist ausgeblieben. Aber dennoch bleibt Erdgas knapp und damit die Preise hoch. Als Energieversorger nehmen sie die Sorgen von Gaskundinnen und Kunden sehr ernst und müssen gerade jetzt intensiv mit ihnen kommunizieren. Hier unterstützen wir Stadtwerke in unserem Netzwerk. Die ASEF erstellt zurzeit eine FAQ-Liste mit den meistgestellten Fragen zur Krise. Die wir im Netzwerk bereitstellen werden, um ihre Kundinnen und Kunden zu informieren. Außerdem haben wir weitere Kommunikationsvorlagen zusammengestellt. Ein Musterpreisanpassungsschreiben sowie ein Workshop zu Vertrieb und Beschaffung in Krisenzeiten mit den gesammelten Erfahrungen aus unserem Netzwerk. Und wir informieren sie in mehreren Webveranstaltungen zum Thema Krisenvorsorge. Wir unterstützen sie im Infopaket Gaskrise mit umfangreichen Gasspartipps für Privat- und Gewerbekunden. Nicht nur in Text, sondern auch in Bild- und Videoform für ihre Webseite und ihre Social-Media-Kanäle. Runden sie ihre Kommunikation mit einer Landingpage zum Thema Energiesparen ab. Hierzu bieten wir ihnen eine Muster-Webseiten-Vorlage mit den wichtigsten ASEF-Leistungen und umfangreichem Content an. Bei Fragen sprechen sie uns gerne an. Wir stehen an ihrer Seite. Wir stehen an ihrer Seite.